Hey ihr Lieben, wie geht's dir an Tag 1? Heute geht alles um deine Selbstliebe, also sei gut zu dir. Geh in dieses neue Jahr gedanklich und segne, segne jeden Monat, jeden Tag, dein gesamtes Jahr. Und stell dir vor, bade darin, was alles in diesem wunderbaren neuen Jahr für dich sein darf, für dich geschehen darf. Und dann öffne dich dafür, Segen über Segen zu dir. Ich schicke dir ganz unendlich viel Liebe. Lass es dir gut gehen.